So funktioniert Leadership nicht. Wir berichten heute ganz persönlich, was uns vorgefallen ist in Sachen schlechtem Leadership. Und das ist schon so abstrus, das ist schon fast unglaublich. Viel Spaß. Das Ganze, die Abkürzung für deine Karriere. 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engines running. Tui, Standardbegrüßung hier einfügen. Ich freue mich, dass du da bist. Heute wieder mit einem neuen spannenden Thema, über das wir sprechen wollen, worüber ich mit dir sehr, sehr gerne spreche. Herzlich willkommen. Neue Woche, neues Glück. Auch danke an dich, Christian, dass du wieder am Start bist. Wer hätte das gedacht? Wer hätte das gedacht? Und ja, wir haben ein super Thema mitgebracht, finde ich. Und ein Thema, über das man eigentlich immer sprechen kann. Von daher wollen wir da auch nicht müde werden, das heute in unserem Podcast mal aufzugreifen. Denn es geht mal wieder um das Thema Leadership. Und lieber Christian, da hast du in den letzten Wochen eine ganz, ganz besondere Erfahrung machen dürfen. Und ich glaube, das ist sehr, sehr spannend, wenn du die hier teilst. Und das wird heute auch Bestandteil des Podcasts sein. Was ist dir denn genau widerfahren? Genau so ist das. Und danke für die Frage. Also, über das Thema Leadership wird und wurde und überhaupt natürlich auch ganz viel gesprochen. Allerdings zwar auch schon ein bisschen von uns, allerdings noch nicht so in der Tiefe, was wir auch vielleicht so mit der einen oder anderen persönlichen Erfahrung auch nachholen wollen. Und eine der persönlichen Erfahrungen liegt jetzt so zwei, drei Wochen zurück. 19.04. glaube ich, war das exakte Datum dafür. Und zwar wurde ich ausgezeichnet von Toastmasters International als Outstanding Toastmaster, als einer von zweien in Gesamt-NRW. Und natürlich ist es jetzt so ein bisschen so, hey, geil, guck mal, was ich für ein Award bekommen habe. Logisch. Nein, aber der Aufhänger ist vielmehr für mich dieser emotionale Aspekt und was er in mir ausgelöst hat. Denn ich hatte lange nicht mehr tatsächlich ein solches Gefühl der Anerkennung. Und diese Plakette, dieser Award wird verliehen halt für besondere Leistungen rund um Toastmasters. Also dafür halt den eigenen Club zu supporten, die Organisation zu supporten. Und anerkennt einfach die Leistung, die man gebracht hat. Und das habe ich insofern lange nicht mehr so erlebt, weil jetzt in der Selbstständigkeit, klar, kriegt man viel Rückmeldung auch von Kunden und so weiter. Aber halt von einer so großen Organisation und in einem so besonderen Rahmen das zu erleben, das war einfach lange nicht da gewesen. Sehr einzigartig und ein sehr magischer und sehr toller Moment. Unter anderem habe ich den Award auch dafür bekommen, dass wir Toastmasters auch sehr intensiv behandelt haben. Tatsächlich in vier Folgen. Deswegen auch ein Danke an dich, Tobi. Ihr erinnert euch vielleicht, als Stefan Zahauf, aktuell noch amtierender District Director von Toastmasters bei uns im Podcast war. Und an der Stelle natürlich auch die komplette Empfehlung, nochmal alle vier Folgen nachzuhören. Aber auch gerade diese Beschäftigung mit der Organisation halt über den normalen Rahmen, in Anführungsstrichen, hinaus. Aber worauf will ich eigentlich hinaus? Ich will komplett oder will auf diesem Gefühl ansetzen, diesem Gefühl der Anerkennung, diesem Gefühl, da wird etwas gewertschätzt. Und das hat bei mir nämlich dazu geführt, mich auch mal zu hinterfragen, wie bin ich überhaupt als Führungskraft? Und setze ich Anerkennung ein, setze ich Wertschätzung ein? Und wie habe ich Führung, sprich Leadership, überhaupt erlebt in der Vergangenheit? Und wie hat mich das auf meinem Weg jetzt auch als Führungskraft geprägt? Und genau, das ist so der Aufhänger in dem Sinne. Und ich würde, wenn ich jetzt gerade eh so ein bisschen im Redeschwall bin, auch so ein ganz klein bisschen in meine Vergangenheit zurückgehen. Nämlich so an meinen ersten Arbeitsplatz, wo ich Führung wirklich in seiner äußersten schlechten Form erlebt habe. Und ihr müsst euch jetzt vorstellen, wir gehen so 15, 20 Jahre zurück. Wir haben eine ganz andere Generation. Warum das wichtig ist, da komme ich gleich vielleicht nochmal zu. Das heißt, wir haben so Generation X und Generation Y, die halt sehr im Berufsleben gerade sind. Und die Generation Z ist noch lange nicht oder noch lange kein Thema. Und ich habe in einer Agentur gearbeitet. Und man kennt das ja von der Werbebranche, die hat generell oder hatte gerade zu dieser Zeit einen extrem schlechten Ruf als menschenausbeuterische Verbrecher. Was man natürlich nicht über alle Unternehmen sagen darf und kann, aber sicherlich über manche. Und ich bin in einer Agentur gelandet, wo sicherlich der Leistungsaspekt überall im Stand und das auch die ein oder andere Stilblüte getrieben hat. Und ich will das System so ein bisschen beschreiben. Und es war nämlich ein sehr auf Fehlervermeidung konzentriertes System und Leistungserbringung. Und da wurden halt Methoden eingesetzt, die... Also fangen wir mal so mit so Klassikern an. In dieser Agentur war es natürlich Usus, dass man ein einjähriges Pflichtpraktikum vorweg machen musste. Wie gesagt, wir erinnern uns, wir hatten seinerzeit keinen Arbeitnehmermangel, sondern wir hatten einen großen Jobmangel irgendwo. Da hat man genommen, was man kriegen konnte, gerade wenn man halt unbedingt in die Werbung wollte. Ich glaube, da gab es noch nicht mal einen Mindestlohn, oder? Nee, nee. Also war das Pflichtpraktikum quasi noch für Lutsche, oder? Nee, es wurde immerhin tatsächlich freiwillig entlohnt mit 150 Euro pro Monat. Allerdings, wenn man dann überlegt, ich hatte glaube ich nach diesem einen Jahr weit über 100, 200, 300 Überstunden irgendwie sowas. Nee, Moment. Ich hatte in den ersten Monaten 170 Überstunden, danach, nach dem Jahr irgendwas um die 400 bis 500 Überstunden. Aber gut, das packen wir mal unter Werbebranche Standard. Allerdings gab es dann noch andere Sachen. Und ich habe es mal notiert, das heißt für die YouTube-Zuschauer, wenn man den Blick jetzt so ein bisschen nach unten geht. Ich habe mal ein paar Notizen gemacht. Ich habe nämlich so in Vorbereitung auf diese Folge mir Gedanken gemacht, was gab es da überhaupt alles? Und da gab es unter anderem gelbe und rote Karten, ein gelbe und rote Kartensystem. Was steckte dahinter? Ganz einfach, man hat ein Weihnachtsgeld bekommen. Zumindest wurde das in Aussicht gestellt. Das waren, ich glaube, in meiner Zeit dann irgendwas um die 250 bis irgendwas paar hundert Euro, keine Ahnung. Die kommt man aber über Fehler, kommt man dieses Weihnachtsgeld effektiv minimieren. Das heißt, wenn man einen kleinen Fehler gemacht hat, hat man eine gelbe Karte bekommen. Das war ein 5-Euro-Fehler. Also 5 Euro vom Weihnachtsgeld runter. Haben wir einen großen Fehler gemacht, hat man die rote Karte bekommen. Also 50 Euro vom Weihnachtsgeld runter. Der Clou dabei, hat man drei gelbe Karten bekommen, hat man eine rote Karte bekommen. Das hat sich also aufsummiert. Hat man dann drei rote Karten bekommen, hat man eine Abmahnung erhalten. Das war also schon der erste Punkt. Dazu... Also Arbeits... Ich muss da jetzt kurz einhaken als Personaner. Ja. Also arbeitsrechtlich mag ich das jetzt mal nicht beurteilen. Ich glaube, da könnten wir eine ganze Folge draus machen, was da alles schiefgegangen ist. Alles, ja. Und dass es nicht tragbar ist. Aber wir lassen das mal so stehen. Ich wollte es, wie gesagt, nur einwerfen an der Stelle. Nicht, dass jemand denkt, das war alles so richtig, wie das dann betrieben worden ist. Sehr gut, sehr gut. Vielleicht finden wir ja auch nochmal einen Arbeitsrechtler als Gast. Da würde mich tatsächlich mal so die rechtliche Meinung zu interessieren, inwiefern das koscher war. Ob es heute noch so ist, das kann ich gar nicht sagen. Also die Agentur, den Namen werde ich auch nicht verraten. Ob die heute noch so arbeiten, da sind jetzt auch 15 Jahre, 20 Jahre ins Land gezogen, das mag ich nicht beurteilen. Und insofern, das ist auch wirklich nur der reine Blick in die Vergangenheit. Aber da wollen wir noch so ein bisschen weiter einsteigen. Denn natürlich blieb es nicht dabei, sondern gerade auch die Führungskräfte, die ein bisschen höher standen in der Hierarchie und es gab eine ganz klare Hierarchisierung, wurden dazu eingeladen, ihren quasi Untergebenen, aber auch alle Mitarbeiter, sich gegenseitig gelbe Karten auszustellen. Und was könnte jetzt so ein Anlass gewesen sein? Natürlich, als zum Beispiel Führungskraft, gebe ich dir eine Aufgabe und sage, das soll jetzt bitte erledigt werden und du machst einen Fehler. Und dieser Fehler, der ärgert mich so dermaßen, dass ich zum Chef gehe und dir eine gelbe Karte gebe. Also erstmal sage ich dir, es gibt eine gelbe Karte, gehe dann zum Chef und sage ihm, ich habe dir eine gelbe Karte ausgestellt. Also für dich 5 Euro weniger von Weihnachtsgeld und die Chance auf die nächste rote Karte. Aber es können auch so Sachen sein wie, beobachte mal dein Arbeitsumfeld und wenn dir auffällt, dass dein Kollege, deine Kollegin einen unaufgeräumten Schreibtisch hat, stell dir mal die gelbe Karte aus. Warum? Weil ein unaufgeräumter Schreibtisch natürlich dazu führt, dass man auch unsauber arbeitet, die Arbeitseffektivität gemindert wird. Das schadet dem Unternehmen, also gelbe Karte. Und es waren lauter solche Geschichten. Was ganz schön war, es haben sich wirklich nur wenige Kolleginnen und Kollegen daran gehalten. Also es wurden wenige gelbe Karten untereinander ausgestellt, zum Glück. Aber es gab dieses System, es wurde vom Chef auch ordentlich befeuert. Es wurde in Mitarbeitergesprächen auch vor versammelter Mannschaft immer auch aufgegriffen. Das heißt gerne auch, dass Fehler herausgreifen, Herr Hilgers, Sie haben Fehler gemacht, so und so, das haben Sie verbockt und vorversammelter Mannschaft auch häufig passiert. Also nicht häufig nur mir, sondern vielen Kolleginnen und Kollegen. Was aber auch dazu geführt hat, das kann man sich sicherlich ausmalen, es hat eine richtig miese Stimmung geherrscht. Und es hat eine Kultur der Angst geherrscht vor Fehlern und so weiter. Man hat alles sehr übervorsichtig gemacht, hat sich nicht ausprobiert, hat trotzdem irgendwie, gerade wahrscheinlich, weil diese Fehlerangst da war, eher noch Fehler gemacht. Weil man dann auch viel zu viel im Kopf hatte und es gibt dann so Sachen, wie zum Beispiel, es gab ein Großformat Kopierer und einem Kollegen, der, weiß ich nicht, irgendwas kopieren musste und tierisch unter Zeitdruck stand. Weil natürlich war es auch so, dass man mit Aufträgen zugeballert war und gar nicht mehr wusste, wo oben und unten war. Dem ist irgendwas in den Kopierer reingelaufen, er musste zu irgendwas anderem. Das hat dazu geführt, dass es so leicht angefangen hat zu schmurgeln, also halt so zu kokeln, weil mit der heißen Rolle und so, irgendwie hat das dazu geführt, dass das Ganze ja doch ein bisschen kritischer war. Natürlich direkt eine Abmahnung, aber mit den Worten Herr XY, wir nehmen nicht an, dass sie die Firma in Brand setzen wollten, aber für diesen Fehler, der, wie gesagt, aus all diesen Sachen entstanden ist, weil man auch nie wusste, was muss ich jetzt zuerst und zuletzt machen und so weiter und so weiter. Es gab keine ordentliche Struktur, weil wir nicht davon ausgehen, dass sie die Firma anzünden wollten, kriegen sie nur die Abmahnung dafür und natürlich kriegen sie kein Weihnachtsgeld, weil das haben wir jetzt mal eben ganz komplett gestrichen. Dazu, das waren so die Sachen, die halt so für die Arbeitsatmosphäre richtig gut waren, gab es dann aber auch so Geschichten. Ja, also ich glaube, ich konnte dich schon begeistern. Du hast richtig das Kribbeln in den Fingern bekommen, mal so einen Schnuppertag in dieser Agentur zu machen. Aber dazu gab es natürlich auch so andere Sachen, dass zum Beispiel Mitarbeiter auch mal aus dem aktiven Dienst mehr oder weniger rausgezogen wurden, um zum Beispiel auch auf privaten Baustellen des Chefs zu arbeiten. Und je nachdem, in welcher Rolle und in welcher Hierarchie man ist, macht man halt nicht den Mund auf, sondern lässt das mit sich machen. Auch da wäre jetzt mal so eine arbeitsrechtliche Einordnung sehr interessant. Auf jeden Fall, das gab es halt alles. Und es gab dieses Fehlersystem, das fehlende Vertrauen mir als Mitarbeiter gegenüber, beziehungsweise eine Kultur des permanenten Misstrauens. Es gab dann dadurch natürlich auch entsprechende Gruppenbildung, entweder wir gegen den Chef oder wir gegen die, die die gelben Karten ausstellen. Das permanente Angstgefühl, etwas falsch zu machen, dadurch permanente Hemmungen. Und das war echt eine beschissene Zeit. Und ich war, wir hatten das gerade, damals gab es eher einen Jobmangel als einen Arbeitnehmermangel. Ich war eine Zeit lang auf diesen Job angewiesen. Und natürlich kündigt man dann auch nicht einfach so, sondern man redet sich ja teilweise auch schön und so. Und das war aber ganz kurz so ein Schwank aus, wie kann Führung richtig blöd aussehen? Das so zu der Geschichte. Und um mal eine der Eingangsfragen aufzugreifen, was habe ich da für mich als Führungskraft mit rausgenommen, im Prinzip alles zu versuchen, das nicht zu machen. Also 180 Grad anders dann zu arbeiten. Das Schöne war, dass das in der darauffolgenden Arbeitsstelle ich einen Chef hatte, der heute auch mein Kunde ist, der ganz anders war. Der genau diese 180 Grad Wende war, da habe ich halt Führung von der allerbesten Form wahrgenommen und mitgenommen. Und ich habe es schon häufiger, glaube ich, gesagt, ich weiß gar nicht, ob in dem Podcast, aber wenn ich nur 50 Prozent von dem Stil, den er an den Tag gelegt hat, dieses Timing. Wir hatten das im Vorgespräch mit dem situativen Führen unter anderem. Dieses Timing, diese Reaktion, wie ich auf bestimmte Sachen zu reagieren habe, wie ich zu kommunizieren habe, wenn jetzt etwas gemacht werden muss. Wie er Sachen, wie er Aufforderungen verpackt hat und motivierend, aber doch bestimmt auf eine sehr freundliche Art und Weise, aber so, dass du schon wusstest, das sollte ich schon machen, das wäre jetzt sonst nicht so gut. Aber trotzdem auf eine sehr extrem gute, wertschätzende Ebene. Wenn ich nur 50 Prozent von dem, wie er es gemacht hat, mitnehmen kann und das jetzt in meine Führungstätigkeiten mit einbringen kann, dann habe ich schon extrem viel gewonnen. Und das waren halt so, das Faszinierende, dann halt einfach auch diese Extreme zu erfahren auf der einen Seite, dass, ich glaube, da sind wir uns beide einig, dieses extrem Schlechte und dann hin zum wirklich, wirklich tollen Guten. Leider nur bei der guten Anstellung in einer Branche, die dann im Zuge der Weltwirtschaftskrise leider sehr gelitten hat, wodurch auch mein Job nicht mehr sicher war. Ja, was ja dann aber zu meiner Selbstständigkeit geführt hat. Aber es ist ja noch eine ganz andere Geschichte. Also Glück und Unglück. Genau, das ist in dem Fall. Christian, super spannend. Hat mich sehr begeistert, das, was du so durchlebt hast. Und auf der einen Seite hast du natürlich extremes Glück, wie ich finde, dass du Führung nochmal von einer ganz anderen Seite kennengelernt hast. Denn ich stelle mir vor, was wäre passiert, wenn du genau das nicht erlebt hättest und mit dem Gedanken die Firma oder weiter durchs Arbeitsleben gegangen wärst und denkst, das ist so die Art der Dinge, wie Führung so funktioniert und wie man es macht. Gott sei Dank ist das nicht passiert und du hast diese Kehrseite kennengelernt. Ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig. Und wie gesagt, ich finde es super erschreckend, wie da damals auch umgegangen worden ist mit den Mitarbeitenden. Ja, du hast wahrscheinlich jetzt nicht mehr die rote und gelbe Karte bei dir im Büro liegen, so hoffe ich. Und zog es wahrscheinlich hoffentlich auch nicht mehr zusammen, wenn irgendwie beim Fußballspiel irgendwie eine Karte gezogen wird, weil dich das an diesen Führungsstil erinnert. Ja, direkt der Gedanke im Kopf. Oh, 50 Euro. Nein, nein, nein. Ja, da sind wieder 50 Flocken weg. So ist es nicht. Also was ich tatsächlich viel versuche zu machen, ist halt viel Danke zu sagen, viel zu wertschätzen. Da hatten wir übrigens auch Toastmasters, wo wir dann wieder so am Ausgangspunkt ein Stück weit sind, auch viel geholfen, mir das noch viel bewusster zu machen. Weil auch ich bin natürlich keine perfekte Führungskraft und auch ich lerne immer noch dazu und muss mich auch ständig reflektieren. So hatte auch ich mit einer unserer Mitarbeiterinnen beispielsweise auch mal den Punkt, wo ich einfach nicht gut war, wo sie es mir aber zum Glück gesagt hat, wie sie es gerade empfindet, was ich mache und ich darauf reagieren konnte. Das ist ja noch so ein Punkt, wie ist dann auch die Feedbackkultur und wie wird damit gearbeitet? Und das war bei der vorhin beschriebenen Szenerie so, da konnte man sagen, das ist schlecht, das ist schlecht oder das könnte verbessert werden oder versuchen sie es doch mal so. Und das war halt, schieß auf taube Ohren bzw. viel mehr war dann halt so die Reaktion, ja, nee, ihr habt alle Unrecht und ich habe Recht und mein Stil ist der absolut Beste und ich weiß, was das Beste ist und ihr wollt ja alle nur dem Unternehmen schaden und ich bin eigentlich so der letzte Bewahrer des Unternehmens, dass hier alles läuft und dementsprechend werde ich hier auch nichts ändern. Christian, wenn du aus heutiger Perspektive den Führungsstil deiner ehemaligen Führungskraft einsortieren müsstest, würdest du beschreiben, wäre das also durchweg autoritär? Also klar, ihr habt dieses Bestrafungssystem gehabt, das habe ich verstanden, ja, also führen durch, ich mache euch Angst, macht ja keine Fehler, aber auch im Hinblick auf Entscheidungen, besonders in der Kreativbranche, zumindest das ist mein Verständnis, sollte man den Mitarbeitenden ja auch einen gewissen Raum geben, um sich entfalten zu können, um auch kreativ zu sein, wie hast du das empfunden? Also es war sehr autoritär, es war, ich hätte den Führungsstil schon fast als brutal beschrieben, aber du sprichst da einen ganz wichtigen Punkt an, nämlich, dass meines Erachtens nach und gerade auch mit meinem heutigen Wissen der kreative Output schlecht war. Und das hat einfach, also es war auch eine Agentur, die hat deutlich auch über den Preis angeboten und dementsprechend war der Anspruch an die eigene Arbeit auch nicht in dem Sinne da. Ja, damit stellte ich so ein Stück weit ein Problem auch dar, weil ich habe mir versucht auch immer Zeit zu nehmen, ich habe versucht kreativ zu arbeiten. So und dann kommt das dann natürlich aber auch dazu, dann verhedderst du dich natürlich in den vielen Aufgaben, weil andere kriegen dann auch mehr geschafft, weil die gehen dann halt auch hin und die haben auch einfach schon im Kopf ausgesetzt. Die machen eine sehr einfache Arbeit, sage ich mal, oder tendieren zu einem sehr einfachen Arbeitsergebnis, aber was dann halt auch schnell zu erreichen ist, während dann natürlich eine höherwertigere kreative Arbeit auch ein bisschen mehr Gehirnschmalz braucht. Und wie gesagt, das alles, was ich halt reingebe, was ich verlange, wie ich kommuniziere und diese ganze Organisation sorgt natürlich dann halt auch für einen bestimmten Output und der war in diesem Fall schlecht. Das muss man mal so, oder das kann man mal, glaube ich, so ganz grob festhalten, wenn es auch hier und da einige wirklich gute Ausreißer gab, aber das war ein Ausreißer. Als du in der Situation warst, hattest du irgendwie mal den Drive? Also klar, ich habe verstanden, dass aufgrund der Arbeitsmarktsituation und du warst wahrscheinlich froh, dass du erstmal diesen Job hattest, du verstandst ja auch sozusagen am Anfang deiner Karriere, so der Gedanke, ich will das verändern oder ich spreche das mal an. Also gefühlt von deiner Beschreibung her war dieser Ansatz jetzt ja gar nicht da in dem Moment, oder? Also tatsächlich hat man es mal versucht und es gab, also ich war vier Jahre insgesamt da, inklusive dieses Pflichtpraktikums, gab es in meinen ersten zwei, zweieinhalb, drei Jahren, glaube ich, sogar halbjährlich oder jährlich, daran kann ich mich mal ganz erinnern. Ich glaube, halbjährlich gab es auch ein Unternehmensgespräch, wenn man so will, also eine große Runde aller Mitarbeitenden in einem großen Besprechungsraum, an einem großen Tisch, wo natürlich am Kopfende der Chef saß und wo man dann zunächst versucht hat, konstruktiv zu diskutieren, was aber in wenigen Minuten meistens dann dahin umgeschwenkt ist, dass aufgezählt wurde, was alles wirklich schlecht läuft, weil es waren schlussendlich Meetings, wo alles, was sich aufgestaut hat, dann raus wollte und wo sich dann die einzelnen Leute dann aber auch gegenseitig nochmal hochgeredet haben, in Rage geredet haben. Und das war dann halt so weit irgendwann, dass der Chef dann gesagt hat, nö, diese Meetings gibt es einfach nicht mehr, also so kann man natürlich Probleme auch lösen und es gab in meiner Zeit, da habe ich viele Leute kommen und gehen sehen. Ich habe auch Leute tatsächlich, Praktikanten gesehen, die sind morgens gekommen und nach der Mittagspause nicht mehr wiedergekommen und davon gab es nicht nur einen, das ist mehrmals passiert. Dazu halt auch Menschen, die binnen weniger Monate wieder gekündigt haben. Ich hatte das leichte Glück, dass ich so eine leichte Sonderrolle hatte, wir, wie gesagt, gehen nochmal ein bisschen zurück, 15, 20 Jahre. Ich habe vor allem Websites gemacht oder online gearbeitet und damit war ich einer der ganz wenigen, teilweise der einzige, der diesen Bereich in dieser Agentur gemacht hat. Und dementsprechend hatte ich ein Stück weit meine Sonderstellung und konnte viel von dem ganz, ganz, ganz extremen Stress auch häufig von mir fernhalten. Nichtsdestotrotz war es trotzdem eine, man muss es mal so auf Deutsch sagen, richtig beschissene Zeit, wo ich, wenn ich da jetzt mit dem Abstand drauf blicke, doch schon fasziniert bin, dass ich es vier Jahre durchgezogen habe. War dann aber doch ziemlich, ziemlich froh, als ich raus war. Da hat der Schiri dann mal nicht so genau hingeguckt und nicht direkt die gelbe Karte gezogen. Nee, der hat leider auch noch Verlängerungen eingeleitet. Das war nicht so, nicht so schön. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, es ist eine Erfahrung, die ich heute mit dem Abstand halt sehr wertvoll finde. Also es hat emotional extrem viel mit mir gemacht. Es gab auch Tage, also es sind für mich viele emotionale Sachen passiert. Es gab Gedanken, die waren nicht schön und so weiter. Und dementsprechend, man darf das auch nicht alles immer so witzig sehen. Und deswegen ist es, glaube ich, auch so wichtig, dass wir darüber sprechen auch, dass nicht vielleicht in diesem Extrem, aber wenn Menschen sich darin wiedererkennen und wenn sie halt unsere Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht merken so, oh, das kenne ich von mir auch irgendwie, dass man sich anfängt dann jetzt auch vielleicht an dem Moment zu hinterfragen. Wir haben, wie gesagt, heutzutage eine ganz andere Zeit. Ich kann mir viel eher einen Arbeitsplatz aussuchen, dass ich vielleicht doch den Impuls auch mitnehme zu sagen, hey, vielleicht ist es doch mal wert, darüber nachzudenken, nicht alles mit sich machen zu lassen, sondern hinzugehen und zu schauen, was gibt es noch für andere Alternativen. Und an der Stelle würde ich, glaube ich, gerne das so mit diesem Impuls, mit der Aufforderung beenden. Wir sind schon wieder weit über der Zeit, aber wir haben sicherlich noch Material für nächste Woche und du hast auch noch sowas ein oder andere zum Thema Leadership zu erzählen. Ich würde gerne noch mal mehr so in die, das hast du ja vorhin auch schon ganz kurz angeschnitten, in die Stile reingehen. Was gibt es da überhaupt und wo finde ich mich wieder und was macht an welcher Stelle vielleicht auch Sinn? Ich denke, das ist ein guter Aufhänger, dann würde ich dich einladen nächste Woche, also würde ich dir gerne den Raum geben und nicht nur quatschen und ich fand es aber mal gut, das muss man auch mal sagen, auch mal darüber zu reden, weil ich glaube, da habe ich auch vieles in mich reingefressen. Und wenn diese Erfahrungen dann Menschen helfen können, umso besser. Und ich finde ein Punkt und dafür ist noch Zeit, die 30 Sekunden, die muss man herausstellen oder den Punkt muss man herausstellen. Also diese Negativerfahrung hat ja was mit dir gemacht und du weißt aus heutiger Brille genau, wie sich so ein Führungsstil oder so ein Verhalten anfühlt. Und ich glaube, du würdest das zumindest nicht bewusst deinen eigenen Mitarbeitenden antun in irgendeiner Form und ich glaube, da können sich dann auch die glücklich schätzen, weil du da komplett gepolt bist, genauso nicht zu sein. Und ich glaube, das hat dann auch einen sehr, sehr großen Mehrwert, also aus dieser Reflektiert, aus dieser Negativerfahrung herauszugehen, gestärkt und auch einfach eine ganz andere Persönlichkeit zu werden, wovon natürlich am Ende des Tages viele andere Menschen auch etwas haben. Genau und sei es nur, dass wir darüber quatschen. Yes. Sehr gut, dann vielen lieben Dank dir fürs Zuhören, für den Sidekick mehr oder weniger in dieser Folge. Und die Einladung sei ausgesprochen für dich als Main Act in der nächsten Folge. Ich freue mich sehr. Ich bin gespannt, was du noch zu dem Thema beizutragen hast. Da haben wir sicherlich noch den ein oder anderen Input und den ein oder anderen Impuls, den wir hier geben können. Und den wir hier geben können. Also ich von meiner Seite kann sagen, es wird sich definitiv lohnen, reinzuhören. Und was mich auch interessieren würde, nutzt die Kommentarfunktion auf jeglichen Kanälen, wo ihr uns findet, sei es Instagram, LinkedIn oder auf YouTube. Ja, schreibt doch mal von euren Erfahrungen. Was für Erfahrungen habt ihr oder auch Negativerfahrungen habt ihr gemacht in erster Linie? Das ist ja sehr, sehr spannend. Und wie in deinem Fall auch, Christian. Also hätte ich auch nicht gedacht, dass sowas möglich gewesen ist. Aber es scheint es gegeben zu haben. Und von daher teilt das gerne mit uns. Wir freuen uns über eure Nachrichten und verabschieden euch somit in die Restwoche. Macht's gut, habt einen schönen Tag und bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Haut rein. Ciao. Ciao. Karriere Marketing Podcast. Karriere Marketing Podcast. Alle Informationen zum Podcast und noch viel mehr unter www.karriere.marketing. Karriere.marketing. Tranquility Base here. The Eagle has landed.